Willkommen zurück beim Podcast Kollision, der die Sphären von Wissenschaft und Kunst miteinander verschmilzt. Heute freuen wir uns, Agnes Mayer-Brandes als unseren besonderen Gast zu begrüßen. Sie ist eine renommierte Künstlerin und Forscherin, deren Arbeit an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft angesiedelt ist. Mit einem Hintergrund in Mineralogie kombiniert mit ihrer Ausbildung an der Kunstakademie und der Kunsthochschule für Medien bringt sie eine einzigartige Perspektive in unseren Podcast ein. In dieser Episode werden wir tief in Agnes Mayer-Brandes' Welt eintauchen, in der sie die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion, Fantasie und Technologie erkundet. Ihr Projekt OneTreeID dient dabei als beeindruckendes Beispiel dafür, wie sie komplexe wissenschaftliche Konzepte auf künstlerische Weise erforscht und präsentiert. Bereitet euch also darauf vor, einen Einblick in Mayer-Brandes' einzigartige Sichtweise zu erhalten. Herzlich Willkommen! Ja, vielen Dank! Magst du dich vielleicht auch nochmal kurz vorstellen oder denkst du, ich habe das gut? Nee, danke auch für die nette Einführung. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, wir tauchen direkt ein. Ja. Die Verses. Voll. Ja, also du, ich habe ja schon erzählt, dass du viele spannende Projekte hast, die eben sich viel auch mit Fantasie und Fiktion befassen. Und meine erste Frage wäre da, wie kommt man auf sowas? Was ist deine Inspiration? Das ist nicht so einfach zu sagen, weil jedes Projekt ist ein Prozess oder nicht jedes Projekt. Meine Arbeit, meine künstlerische Arbeit ist ein andauernder Prozess, der verzweigt so rizomatisch und von da nach da ist es wächst und wuchert. Das sind jetzt keine Ideen, die so plötzlich vom Himmel fallen, sondern die einfach durch einen langen Prozess entstehen. Aber ganz am Anfang, als ich noch studiert habe, hat mich das Unterirdische sehr interessiert. Also ganz einfach, wenn ich jetzt über, ich wollte einfach wissen, was ist unter meinen Füßen, worauf stehe ich. Das auch ganz wörtlich genommen und so weiter. Und dann habe ich angefangen, eigene Forschungsgerätschaften und Methoden zu entwickeln. So ist eine ganze Werkreihe entstanden, Tools to Search, um eben damals anfänglich unterirdische Phänomene zu erforschen. Und da ist dann zum Beispiel die SGM-Eisberg-Sonde entstanden in diesem Rahmen, um hauptsächlich unterirdische Eisberge unter Eishallen zu erforschen. Oder auch das Bohrkernlabor und Elfen-Scanner. Da ist so ein non-invasives Tool entstanden, was man auf die Fingerspitze setzt und Bohrkern mit abtastet und Mikrouniversen im Inneren von Bohrkernen erkundet und so weiter. Also da ist eine ganze Serie entstanden von verschiedenen Gerätschaften, um unterirdisches zu erforschen. Aber seit 2007 hat sich mein Blick auch in die andere Richtung gewendet. Also nicht nur, ich versenke jetzt die Sonden nicht nur ins Unterirdische, sondern auch außerhalb der Erde und vergleiche die Extremen zwischen innerhalb der Erde, außerhalb der Erde und den oszillierenden Realitäten dazwischen. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, meine Arbeit ist eine künstlerische Wirklichkeitsforschung an den Grenzen des Wahrnehmbaren, des Fassbaren und zwar dort, wo wir auch Technologie brauchen, um eben die Realitäten zu erfassen. Und genau da, wo wir die Technologie einsetzen, beginnt ja auch die Konstruktion von Realität. Und das finde ich total spannend. Und genau da die Löcher und Abgründe, die sich da auftun, insbesondere. Die zum Beispiel auch dadurch entstehen, es gibt Datenhersteller und Datenauswerter, das sind nicht unbedingt in einer Person. Ja. Und so weiter. Ich könnte jetzt vom Unterirdischen in einen anderen Fokus, also ich habe dann eben nicht nur mehr unterirdisch gearbeitet, aber auch so schwer wahrnehmbare Realitäten, die sich eben in der Kleinheit befinden, in der Ferne. Aber das kann auch in der Langsamkeit sein oder in der Luft, flüchtige Realitäten, wie zum Beispiel eben die Aerosole und so weiter. Ja. Und wie kamst du aber darauf, eben Realität und dann auch in der Schritte von Technik eben mit Fiktion zu verbinden? Also das ist ja schon ein, würde ich sagen, relativ neuer Ansatz, beziehungsweise kenne ich jetzt persönlich nicht viele Leute, die so arbeiten. Und ich frage mich da schon, wie du dir gedacht hast, okay, machen wir es mal so, machen wir es mal anders. Ich meine, das war ja, ist ja auch schon eine Weile her, zum Beispiel jetzt diese unterirdischen Eisberge oder diese Geräte. Die ersten Tools to Search habe ich ja 2002 entwickelt. Also gerade mit der Beschäftigung des Unterirdischen, das ist ja, ich meine, so ein unbekanntes Terrain, wo setzt man da an? Okay, man kann mit Gerätschaften die Welt und Wirklichkeit erkunden, aber es bleibt ja auch immer ein großer Raum eigentlich für Fantasie und Imagination von Möglichkeiten letztendlich. Und die kann ich ja so oder so ausloten. Also und die Geräte, die ich entwickelt habe, um diese unbekannten Möglichkeitswelten zu erforschen, war halt mein künstlerischer Weg dazu. Das sind Geräte, die funktionieren und das, was man damit ja erfahrbar macht oder erleben kann, ist vielleicht also genauso real wie so manche andere wissenschaftlichen, naja, Analysen oder Interpretationen. Da befinden wir uns dann ja schon in diesem Konstruktionsknoten und Salat und Gewusel von Wirklichkeiten. Also Modelle, Konstruktionen, die unsere Welt bestimmen. Und da interessiert mich schon letztendlich, ja, woran glauben wir? Und ich kreiere sozusagen oder habe damals mit der Eisbergsonne oder so, das sind dann Situationen, die ich kreiere, die eine bestimmte Möglichkeitswelt erfahrbar machen. Und aber es gibt auch Momente, also es ist kein Fake, es gibt auch Momente, die einen dann wieder rauskatapultieren aus dieser Möglichkeitswelt, sodass jeder Besucher selber entscheidet, so, ja, woran glaube ich jetzt? Will ich an diese Geschichte glauben oder diese, glaube ich da jetzt einfach nur mal drei Minuten dran oder länger? Also das ist den BesucherInnen überlassen und so hat sich das damals entwickelt. Das sind einfach Möglichkeitswelten, die sich zum Teil auch bekannten Wissen eben gegenüberstellen können. Das, das stelle ich mir auch schwierig vor, muss ich sagen, beziehungsweise kommt mir da der Gedanke, was für Resonanz du auch bekommen hast von verschiedenen BetrachterInnen. Wie haben die darauf reagiert? Wie konnten sie sich darauf einlassen, eben das, was sie schon kennen und das, was sie sich vielleicht vorstellen, miteinander zu verbinden? Das ist ja, wenn ich jetzt an die SGMI-SPEC-Sonde denke, die war zum Beispiel damals hier in der Akademie der Künste aufgebaut, da betrifft man, das war im Außenraum im Winter, man betrifft ein Forschungszelt. Es ist kalt draußen, in diesem Forschungszelt ist ein Bohrloch, neben dem Bohrloch ist ein kleiner Monitorschrank und so weiter. Und aus dem Bohrloch kommt eben die Schnur der Sonne raus. Und dann kann ich als Betrachter diese Schnur, also in die Hand nehmen und zum Beispiel die Sonne damit hochziehen. Und es ist ein sehr sinnliches eigenes Erfahren, eine Situation, die ich mit allen Sinnen erleben kann. Und ich kann die Sondenschnur Meter für Meter, viele hundert Meter, äh, viele, also bis 120 Meter ist es tief. Und die Schnur ist ganz kalt und also die kommt wirklich da aus der Tiefe gleichzeitig. Und ich sehe natürlich in Echtzeit auf dem Monitor direkt daneben die verschiedenen Eis- und unterirdischen Gesteinsschichten, durch die ich jetzt fahre. Ja, an der Sonne sind natürlich zwei Kameras dran, sozusagen. Also ich kann wirklich mit Fingerspitzengefühl mich durch diese tiefen Schichten bewegen. Also es ist ein sehr intensives eigenes, sehnliches Erfahren. Was sich aber dann meinem Wissen gegenüberstellt, na nu, hier unten drunter ist doch gar kein Eisberg. Aber es ist dann die Reaktion der Besucher, zum Beispiel da, die saßen dann da in Scharen um dieses Bohrloch herum, so viele halt wie gerade ins Zelt passten, und hatten wahnsinnig Spaß oder leuchtende Augen und haben dann auch noch so komische kleine Kreaturen da in diesen tiefen Schichten entdeckt und so weiter. Also das ist sehr positiv, also ich habe sehr positives Feedback oder Erfahrungen, auch wenn sich das Wissen dann gegenüberstellt. Und dann ist eigentlich interessant, dass die Menschen, die da um dieses Bohrloch sitzen, fangen an zu diskutieren. Ja, was ist denn da, das kann doch nicht sein, oder doch, oder dies, aber guck doch mal da, diese Kreaturen, die sind doch nicht da und so weiter. Und dann fängt eine ganz schöne, interessante Diskussion an. Aber es gibt auch oft ein Lächeln in den Gesichtern der Menschen. Okay. Wir können halt was entdecken auch, ne? Voll, das hört sich wirklich sehr cool an. Und ich stelle mir auch vor, dass bei diesen Gesprächen ja viel gutes Wissen ausgetauscht werden kann und der Horizont auch einfach erweitert wird, was mit Kunst und Wissenschaft so entwickelt werden kann. Weil es ja schon irgendwie auch für viele Leute, die sich vielleicht nur in einem Raum bewegen, dann schon irgendwie sehr krass ist zu sehen, dass man aus zwei so unterschiedlichen Sachen ein Ganzes entwickeln kann. Was ja auch unser Motto des Podcasts ist, Transdisziplinarität. Deswegen sehr gut aufgegriffen. Wie ist das denn mit Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Lassen die sich leicht von diesen Ideen überzeugen oder muss man da viel diskutieren? Kommen sie vielleicht auch selber mit Ideen zu dir und entwickelt ihr die zusammen? Wie ist das? Das ist auch sehr schwer allgemein zu sagen, weil jedes Projekt hat seine eigene Entstehungs- oder Entwicklungsgeschichte. Jedes Projekt ist ein Universum für sich selber, wie es eigentlich sozusagen in die Welt reinwächst und mit wem ich da zusammenarbeite, also wie die Zusammenarbeiten entstehen. Das hängt wirklich vom Projekt ab. Wenn man jetzt die Mondgänse nimmt und wo ich dann halt viel mit Gänsezüchtern gearbeitet habe, ist wieder eine ganz andere Geschichte als jetzt das Projekt mit den Wolken und Tropfenbildung. Da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll, aber grundsätzlich gehe ich mit einem ganz spezifischen oder bestimmten Interesse, habe ich ja oft, an dem ich arbeite. Und wenn ich dann Wissenschaftler kontaktiere, ist das ja auch genau spezifisch jemand, der sich dann eben auch mit zum Beispiel der Tropfenbildung in Wolken beschäftigt. Also es ist schon meist sehr konkret und da gibt es dann ja von Anfang an ein gemeinsames Interesse, worüber man reden kann und wo dann oftmals ein spannender Austausch entsteht, weil man gleiche Themen hat, aber doch sehr unterschiedliche Perspektiven. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mit. Vielleicht kannst du nochmal auf das Mondgänse-Projekt eingehen, vielleicht nochmal den Zuhörern in deinen Worten sagen, was es ist und was auch dein Anliegen damit gewesen ist. Naja, Anliegen. Also das Mondgänse-Projekt ist eigentlich ein andauerndes Langzeitprojekt und Performance und es hat sich eigentlich daraus entwickelt oder sagen wir so, 2007 habe ich ein künstlerisches Experiment in Schwerelosigkeit realisiert in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, um Wolkenkerne und Aerosole, Wolkenbildung zu untersuchen. Und um dieses Experiment vorzubereiten, habe ich sehr viel recherchiert auch und dabei bin ich über ein Buch gestolpert von Francis Goodwin aus dem Jahre 1603, wo das Phänomen der Schwerelosigkeit das erste Mal erwähnt wurde, obwohl damals das ja noch nicht erlebt werden konnte. und da reist der Hauptdarsteller aber eben mit Mondgänsen zum Mond. Also dieses Buch fand ich total faszinierend und da wurden Mondgänse das erste Mal erwähnt und das sind eben Zugvögel, die eben jetzt nicht wie andere von Spanien nach Afrika migrieren, wir kreieren diese von der Erde zum Mond. Und ich habe mich halt gefragt, okay, was ist denn jetzt mit den Mondgänsen im 21. Jahrhundert geschehen? Gibt es diese besondere Spezie noch? Und sind sie sich ihres Mondmigrationsmusters noch bewusst? Oder sind sie jetzt schon gestrandet wie viele andere Zugvögel? Und wenn ja, könnte man dieses Zugverhalten wieder erwecken? Also vielleicht ein genetisches Erwecken oder ein imaginatives und so weiter. Und genau, all diese Fragen haben dann dazu geführt, dass ich eine eigene Mondgänzkolonie gezüchtet habe. Wobei das allererste Experiment, das war noch zeitgleich zur totalen Sonnenfinsternis in Sibirien, in Novosibirsk, wo ich das Verhalten von Mondgänsen unter diesem kosmischen Erlebnis beobachtet habe. Und das hat aber auch wieder so viele Fragen aufgeworfen, dass ich dann 2011 auf einer Farm in Italien angefangen habe, meine eigene Mondgänzkolonie zu züchten, von Ei auf. Das erste, was ich gemacht habe, ist die Eier beschriftet. Alles mit Namen, die wichtig in der Weltraumfahrt waren. Aber jetzt auch nicht nur irgendwie reale, sondern auch fiktive. Also Friede von Welten, die erste Frau auf dem Mond, aus dem Film von Fritz Lang und so weiter. Und ich habe eben die Mondgänse von Ei aufgezüchtet und auch auf mich geprägt, um dann mit ihnen trainieren zu können und auch eben eines Tages dann zum Mond fliegen zu können. Ein Langzeitsprojekt, ja. Ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut und auch, wie du die Gänse trainierst. Sah sehr lustig aus, aber auch irgendwie sehr cool, das anzuschauen. Und dass es auch so gut geklappt hat, dass sie dir alle gefolgt sind. Was mich interessiert ist, wie sieht das Langzeitprojekt jetzt weiterhin aus? Ich habe gelesen, 2027 oder war es doch 38? Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ja, der erste unbemannte Flug zum Mond und der erste bemannte Flug zum Mond. Genau. Das war so theoretisch, 27 sollte erst der unbemannte Flug. Aber ich habe auch festgestellt, dass meine Gänse etwas flugfaul sind. Ah ja, okay. Also es muss sein, dass sich das etwas verschiebt. Aber es ist, ich habe leider, das Schwierige ist, also wir haben halt direkt nach dem Schlupf mit dem Astronautentraining angefangen und da gibt es auch einen Dokumentarfilm von dem ersten Jahr, Training sozusagen, wo so einige der vielen Trainingsmethoden zu sehen sind. Und eine weitere wichtige Trainingsetappe ist sozusagen das Leben in einem Mondanalog, wo wir den Mond in Italien gebaut haben oder eine mondähnliche Landschaft mit diversen Experimenten, die die Gänse selber ausführen können. Und da leben und trainieren sie. Die haben auch einen eigenen Kontrollraum, also die können auch selber Daten schicken und es gibt einen mobilen Kontrollraum, der im Rahmen von Ausstellungen gezeigt wird und da kann man dann auch mit den Gänse skypen und so weiter und die Daten empfangen, die die schicken zu ihrem Wohlergehen oder zu diversen Experimenten, die sie da durchführen, wie das Löwenzahn-Experiment, weil Löwenzahn ist deren Lieblingsessen. Genau und deswegen, so entwickelt sich das halt dann. Dann, okay, da muss man halt ja untersuchen, wie wächst Löwenzahn unter nicht terrestrischen Bedingungen und so weiter und schmeckt das dann noch den Mondgänse? Und so wäre man dann schon wieder direkt beim nächsten Projekt und so weiter. Ja, okay, ich verstehe. Ja, doch. Genau. Und wie ist das, wie können die Gänse ihre Daten übermitteln? Wie funktioniert das? Wir haben so eigene Kommunikationsgeräte entwickelt. Diese ganzen Methoden, das geht nur in Zusammenarbeit mit den Gänsen. Ich kann mir ja nicht einmal nur was überlegen und dann funktioniert das, sondern ich teste das mit denen, wie die halt mit ihren Schnäbeln Informationen eingeben können und so. Sehr spannend. Also das sind eigene Kommunikationstools. Das ist wirklich cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ob sie dann endlich zum Mond können. Im Endeffekt. Doch, sehr cool. Dann hatte ich noch ein anderes Projekt von dir im Auge und zwar One Tree ID. Fand ich auch extrem spannend mit der Verbindung durch Biochemie zwischen Bäumen und Menschen. Und vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen und welche Idee dahinter so gesteckt hat. Also ich bin ja seit 2013 arbeite ich als Künstlerin auf einer finnischen Wald- und Klimaforschungsstation. Das ist halt, ich bin da hingekommen über mein Interesse an Wolkenbildung und so weiter. Und dann dachte ich, okay, da wurde damals so eine Artisan-Residence initiiert und ich war die Erste, die da war. Dann dachte ich, okay, mein Interesse mit Wolkenbildung und Aerosolen da im Wald mit Bäumen zu kombinieren. Und als ich damals da war, habe ich erst mal die T-Cup-Tools eigentlich entwickelt. Das ist noch ein anderes Projekt. Aber 2013 habe ich halt das erste Mal auch von diesen VOCs gehört. Das sind ja kleinste flüchtige Moleküle, Gasmoleküle in der Luft und Bäume, Pflanzen, sondern das Aus. Und die tragen auch zu Aerosol, also zur Wolkenbildung bei, aber das ist auch das, was wir riechen im Wald. Und auch Bäume, Pflanzen, Insekten, die kommunizieren über diese kleinen Gasmoleküle biochemisch miteinander. Und als ich damals da war, hörte ich halt das erste Mal, dass jeder eigene Baum, jeder individuelle Baum seine eigene VOC-Wolke aussondiert. Und das fand ich total faszinierend. Also nicht irgendwie alle Birken, die, sondern wirklich jeder einzelne Baum. Und dann dachte ich, okay, das möchte ich gerne mal vermessen. Und wenn ich dann genau diese individuelle Wolke des Baumes gemessen habe, dann könnte ich daraus ja ein Parfum synthetisieren. Ich nenne das One-Tree-ID, One-Identity. Und dann könnte ich ja das Parfum auftragen und dann spiegele ich ja den Baum. Oder ich werde zu einer Art Hybridbaum oder was. Also wann, how to become a tree for another tree. Also wann werde ich für den anderen Baum zu einem Baum. Und ich trage dann ja auch das biochemische Kommunikationssystem. Und was passiert dann? Also die Idee hatte ich schon 2013, aber es war mir dann lange nicht möglich, das umzusetzen. Weil damals waren die VOCs auch noch, ja, noch nicht so verbreitet wie in der Forschung. Das geht immer einher mit der Entwicklung der Technologie. Man kann immer kleinere Teilchen, immer flüchtigere messen und so weiter. Und als ich damals mit verschiedenen Forschern gesprochen hatte, die haben dann immer nur so die drei wichtigsten VOCs gemessen oder so, um Vergleiche anzustellen. Aber ich wollte ja sozusagen die ganze Wolke vom Baum vermessen. Aber 2019 war es mir dann das erste Mal möglich, mit einem Team von Birgit Pitschula von der Universität Rostock eine Himalaya-Zeder zu vermessen. Und ein Baum ist ja ein ganzes Universum und die Wurzeln, der Stamm, die Nadeln, die Sonnen, alle unterschiedliche Moleküle aus. Und deswegen haben wir auch an verschiedenen Stellen gemessen. Das sind so Gasproben, die man entnimmt. Also ich sammle ja nicht irgendwelche Stoffe und mache daraus Parfüm, sondern ich vermesse wirklich diese Gase, die daraus kommen. Und diese Gasproben von den verschiedenen Orten, die werden dann analysiert mit einem Gaschromatograph. Und dann kriegt man so eine ganze Liste von Molekülkomponenten raus. Bei der Himalaya-Zeder waren das circa 100. Und die bilden dann das Rezept für das Parfüm. Obwohl die Technologie jetzt schon so weit entwickelt ist und wir vielleicht 99 Prozent messen können, ist da aber immer noch so vielleicht ein Prozent, was wir nicht messen können. Das kann aber wiederum ganz wichtig sein, auch für die biochemische Kommunikation jetzt. Auf jeden Fall sammle ich diese Maschinendaten, aber auch Nasendaten. Ich arbeite auch mit einem Parfümeur zusammen, Marc vom Ende, um dann eben anhand dieses Rezepts vom Gaschromatograph das als Parfüm zu synthetisieren. Zwei Fragen dazu. Das ist erstmal unheimlich spannend. Ich frage mich jetzt erstmal bei der Messung, wenn du die Gase misst, wie messe ich aber die Gase? Also muss ich den Baum dafür anzapfen? Muss ich, fange ich die Gase drumherum ein? Wie macht man das? Und dann auch mit dem Parfümeur, was genau, also wie schafft er es durch diese Daten im Endeffekt dann, also jetzt ohne super viel auf die Arbeit eines Parfümeurs einzugehen, aber wie kann er das dann synthetisieren in etwas, was wir auch riechen können? Also ja, das sind gerade meine... Also erstmal zu diesen Gasmessungen. Das habe ich das erstmal auch kennengelernt, als ich da auf dieser Waldforschungsstation war. Das kann man sich so vorstellen, wie kann man, Luft kann man, also der Baum wird nicht angezapft oder nichts, das ist nicht invasiv eigentlich. Natürlich. Das ist wichtig, weil ich will ja von lebendigen Systemen sozusagen die Moleküle vermessen. Und da im Wald, dann sind da zum Beispiel so Kisten, die öffnen und schließen sich ab und zu selbstständig und in dem Moment, wo sie zu ist, wird einfach die Luft sozusagen, eine Luftprobe genommen. Aber damit man nicht... Also zum Beispiel, wir haben so eine Kammer jetzt um den Baumstamm herum oder die Nadeln stecken in so einem Gefäß drin und da pumpen wir gereinigte Luft rein, um wirklich dann auch nur später, wir pumpen dann die Luft aus dem Gefäß wieder raus und dann haben wir aber nur das, was der Baum aussondert. Ja, okay. Also saubere Luft rein und dann ziehen wir die an der anderen Seite Luft wieder raus in so ein Probengefäß. Und da sind so spezielle Filtermaterialien drin, wo dann alle Moleküle hängen bleiben, die der Baum aussondert. Und dieses Probengefäß wird dann im Gaskromatograph ausgewertet. Okay. Ist das verständlich? Ja, doch. Aber das ist total interessant, dieses Handling von Gasproben. Das fand ich eh schon faszinierend. Also ich kann auch nehmen, weiß, wie das manuell geht und so weiter. Und dann hat man da so durchsichtige, so ähnlich wie so Reagenzgläser, aber so kleine Dinge, komplett durchsichtig. Und dann denkst du, hm, da ist jetzt meine Probe drin. Ist da jetzt eine Probe drin oder nicht? Also dieses Handling von Luft ist echt lustig, weil man weiß auch erst im Nachhinein, habe ich jetzt gute Daten da drin oder nicht? Also ja, doch, das ist echt krass. Ich habe mich auch gerade gefragt, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich frage einfach mal trotzdem, Bäume können ja auch fühlen. Und ich frage mich, ob ihr auch darüber nachgedacht habt, was denn wäre, wenn sich zum Beispiel die Wind- und Wetterbegebungen verändern oder der Baum irgendwie, ja, ich sage in Anführungsstrichen doof angepackt wird oder verletzt wird im Endeffekt, würden sich dann auch die biochemischen Gase dadurch verändern? Oder macht das keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe? Oder habt ihr das auch irgendwie damit einbezogen? Wie ist das? Das ist ein dynamisches System, auf jeden Fall. Das verändert sich, dass gerade wenn man einen Baum verletzt, dann stoßen die ja so ganz spezifische VOCs auch. Also die kennt man schon, wenn die Pflanzen gestresst sind und so weiter. Dadurch hat man ja auch bewiesen, dass zum Beispiel die Bäume unterirdisch oder überhaupt miteinander kommunizieren, indem sie sich halt gegenseitig warnen. Und dann wurden halt diverse Stressmoleküle bei einem anderen Baum entdeckt, der noch nicht angeknabbert wurde von der Giraffe und so weiter. Also da, ja, die kommunizieren biochemisch untereinander und die, das ist ein sehr dynamisches System. Letztendlich müsste man nonstop neue Parfums kreieren. Das geht natürlich nicht, wenn man jetzt alles erfassen will. Es ist sozusagen eine Weile, ein Moment in der Zeit oder ein, ja, ein Gesprächsfetzen. Ja, okay, verstehe. Und wie kann man sich den oder ein der Gerüche vorstellen? Das ist sehr unterschiedlich. Also interessant ist auf jeden Fall, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, wir messen ja eben an den Wurzeln am Baumstamm und Nadeln oder Blätter an unterschiedlichen Stellen und kreieren letztendlich vier Buffer. Das ist einmal die Wolke der Wurzeln, die Wolke des Baumstamms und die Wolke der Baumkrone sozusagen. Und alles zusammen ist dann die One Tree ID, die Gesamtwolke. Und es ist total interessant, wie unterschiedlich eigentlich die Wurzeln, Baumstamm und Blätter riechen und wie sie dann wieder zusammen riechen. Zum Beispiel die Wurzeln sind meistens länger auf der Haut zu riechen. Das hat mich gewundert, also da ist so eine richtige Choreografie eigentlich in diesen Düften drin, weil die Wurzeln enthalten mehr Zuckermoleküle und die sind größer. Und die sind nicht so flüchtig, die fliegen nicht so schnell weg. Deswegen bleiben die am längsten auf der Haut. Ja, das ist spannend. Und von den Nadeln oder so, die sind sehr recht schnell verflüchtigt. Das habe ich halt ganz am Anfang, da hatten wir überlegt, weil also im Labor werden ja wirklich die reine Chemie sozusagen zusammengemischt. Die Moleküle, die eben detektiert wurden und dann haben wir halt diese Essenz, kleines Fläschchen und das ist so hochkonzentrierte Chemie. Und daraus Parfum zu machen, verdünnen wir das zu 99 Prozent geruchlosem Öl. Anfangs hatten wir, also die meisten Parfums sind mit Alkohol, auf Alkoholbasis. Das hatten wir am Anfang probiert, aber das gefiel mir nicht, weil der Alkohol doch einen Eingeruch hat. Der verfliegt sehr schnell, aber da habe ich eben festgestellt, der verfliegt genauso schnell wie meine Nadeln. Der Duft der Nadeln oder das ist, ich finde schon die Choreografie im Duft interessant. Und deswegen sind wir dann auf, ja, mischen wir das jetzt mit geruchsneutralem Öl, damit wir wirklich nichts riechen, außer eben diese Baumoleküle. Aber das ist trotzdem noch sehr intensiv, obwohl wir 99 Prozent von diesem Öl haben und nur ein Tropfen, was heißt ein Tropfen? Ein Prozent. Okay, wow. Warum? Ja, ich würde es gerne mal riechen auf jeden Fall. Also das, hier komme ich ja nochmal dazu. Ich bin echt gespannt. Tut mir leid, habe ich nichts mitgenommen. Das konntest du ja gar nicht wissen. Aber es gibt so kleine Kids, die kann man auch online bestellen. Ich habe auch angefangen, irgendwann mit Straßenbäumen zu arbeiten. Also im Rahmen von Ausstellungen hat man, ist dann der vermessene Baum eigentlich zu sehen mit diesem Messaufbau und so weiter. Und die BesucherInnen können dann das Parfum sich auftragen und neben dem Baum sein und die verschiedenen Gerüche testen. Aber ich habe dann auch angefangen mit Straßenbäumen zu arbeiten, aus verschiedenen Gründen. Aber da finde ich es auch interessant, jetzt nochmal auf die Frage der Reaktionen oder so zurückzukommen. Die meisten erforschten Reaktionen sind eben, wenn der Baum gestresst ist oder verletzt und so weiter. Aber mich interessiert natürlich schon, wie reagiert der Baum denn eigentlich, wenn ich jetzt mit diesem Parfum daneben stehe? Ja. Das finde ich natürlich wahnsinnig spannend, aber im Moment gibt es noch keine Technologie im Rahmen von so einer Ausstellung, das direkt übersetzen könnte. Ja, okay. Also ich stehe daneben, ich habe das Parfum aufgetragen, ich trage das biochemische Kommunikationssystem des Baumes. Das heißt, ich kommuniziere irgendwie, aber ich verstehe überhaupt nichts. Das finde ich aber eigentlich einen sehr wichtigen und schönen Moment. Dass du nichts verstehst? Ja. Es ist halt ein anderes Kommunikationssystem, das der Bäume. Das stimmt. Es findet ein Gespräch statt und ich verstehe überhaupt nichts. Es ist toll. Also mich würde das irritieren tatsächlich, weil ich dann schon das Verlangen hätte zu wissen, wie ich denn jetzt auf den Baum eben reagiere. Auf allen Dingen, wenn er mich verstehen kann und ich ihn aber nicht. Aber ich sehe auch ein bisschen zumindest das Schöne da drin. Ja, also natürlich bin ich auch neugierig. Ich würde es schon gerne wissen, aber ich finde es auch wichtig zu erleben, dass es einfach etwas anderes gibt, was man nicht direkt fassen kann. Du arbeitest ja viel mit Natur zusammen, also hauptsächlich, so wie ich das mitbekommen habe. Und da stellt sich für mich natürlich auch die Frage gerade in der Zeit, wie politische Themen Einfluss auf dich nehmen und welche Rolle du denen beimisst. Und auch, ob du das versuchst in deine Arbeit zu integrieren, beziehungsweise vielleicht auch aufzuklären, was beispielsweise Klimawandel dann eben auch angeht. Also ja, meine Arbeit ist jetzt in dem Sinne nicht tagespolitisch. Das ist sie sicher nicht. Ich schaue ja auch auf eher langsamere Prozesse und so weiter. Aber sie ist auf jeden Fall auch nicht so hautrauf politisch. Aber wenn man sich mit den Inhalten der Arbeiten beschäftigt, sind das natürlich Themen, die unsere Welt beschäftigen. Und ja, insofern automatisch, also das, was mich beschäftigt, unsere Welt, unsere Gesellschaft, ist das automatisch politisch. Und findest du das oder denkst du, dass KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen eine gewisse Verantwortung haben sollten, solche Themen eben sich damit zu befassen oder das irgendwie in ihrer Arbeit zu integrieren? Oder denkst du, es sollte eigentlich erst mal ganz frei davon sein? Also als Künstlerin finde ich absolut wichtig, frei zu denken, frei zu sein. Ich gehe meine Arbeit nicht didaktisch an. Ich kann alles miteinander kombinieren, was ich wichtig finde für das Projekt, für die Ideen. Dadurch können natürlich ganz neue Perspektiven oder Wissen entstehen. Kann, muss aber nicht. Also es kann sinnvoll sein oder auch total sinnlos. Aber selbst das Sinnlose kann sehr wichtig sein. Aber letztendlich finde ich natürlich, dass nicht Künstler oder so diese Verantwortung haben, sondern jeder Mensch. Ja. Also jeder Mensch ist ja auch, trägt die Verantwortung. Wir leben hier in dieser Welt und da ist die Frage, wie. Ja, doch. Ja, weil ich denke, beispielsweise jetzt mit der One Tree ID, auch wenn noch nicht ganz klar ist, was dann wir sozusagen damit aussagen, ist schon auch irgendwie eine Art und Weise mit dem Klima und dann eben den Bäumen ganz spezifisch umzugehen. Einfach weil, wenn wir wüssten, was wir dem Baum sozusagen sagen, könnte man ja vielleicht schon mehr darüber herausfinden, wie der Baum sich in bestimmten Situationen fühlt oder was er da drüber denkt. Auch wenn du gesagt hast, dass wir noch nicht so weit sind, finde ich das trotzdem extrem spannend. Kann ich schon mal dazu sagen. Ja, genau. Aber wobei, ob Bäume denken, ist ja auch schon wieder eine sehr anthropozentrische Sicht. Natürlich, aber ich denke, ein Baum fühlt ja auch, also warum sollte er nicht denken werden? Ja, das Interessante ist ja, also fühlen, denken, das sind ja alles Perspektiven aus dem Menschlichen heraus. Das Interessante ist ja, da es gibt so, so viel anderes noch, was wir aus unserer menschlichen Sicht eben nicht beschreiben oder definieren können. Das ist das Interessante, Unbeschreibbare, was aber dennoch auch Respektanz verdient oder Care. Doch, auf jeden Fall. Aber die, zum Beispiel, also ich meine, es gibt ja dieses Forest Bathing für Menschen, das ist ja so ein Begriff in Japan, der entstanden ist, wo es darum geht, dass eben Menschen im Wald gehen und Wellness sich regenerieren und so weiter. Und da habe ich jetzt, weil eben nach meiner Suche, wie wohl der Baum reagieren könnte oder dachte ich, naja, okay, was ist denn, wenn man das jetzt hier für Stadtbäume, die sind ja alle sehr gestresst, wenn man jetzt ganz viele verschiedene, ich habe ja mittlerweile schon mehr als zehn, ich weiß gar nicht, verschiedene One-Tree-IDs kreieren können und sozusagen ein ganzer Laubwald oder Mischwald entsteht dadurch, wenn sich alle BesucherInnen das auftragen. Und da hatten wir jetzt zum Beispiel neulich bei einem Workshop in Zagreb, die auch alle, Teilnehmer haben sich verschiedene Bäume aufgetragen, möglichst dick. Und dann sind wir zu gestressten Stadtbäumen gegangen, die inmitten von so einer Straßenkreuzung standen und haben sozusagen Forest Bathing für Urban Trees, also das Ganze so umgedreht. Ob man dadurch den gestressten Stadtbäumen vielleicht auch einen kurzen Wellness-Moment generieren kann. Wie kann ich mir das vorstellen? Steht man dann, standet ihr dann so als Gruppe einfach um einen Baum herum? Ja, das war in Zagreb jetzt das erste Mal. Ja, genau, da waren wir da rum. Das Problem ist, also das ist nicht das Problem, das ist ja auch schön. Man muss eine Weile da sein. Luftkommunikation braucht eine Weile, ein bisschen länger. Und da ist auch Distanz oder Nähe wichtig, weil die Luftkommunikation verflüchtigt sich ja sehr schnell. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Meter neben dem Baum oder zwei Meter neben dem Baum sitze. Und genau, also das kann man dann eigentlich ganz gut kombinieren mit verschiedenen anderen Lesungen und so weiter und gleichzeitig, ja, Forest Bathing for Urban Trees. Ja, das stehe ich mir auch gut vor. Natürlich ist da auch wieder die Frage, wie stressfrei oder ja doch, wie reagiert eben der Baum da drauf? Ist er dann weniger gestresst oder eben nicht? Bin da ganz neugierig. Werde ich noch rausfinden. Dauert aber noch ein paar Jahre. Ja, das ist kein Problem, der Prozess ist ja auch der Weg hier. Ja, erstmal vielen Dank für diesen Einblick. Wie ich jetzt auch schon gemerkt habe, mit dem ich besprochen habe, es gibt viele Dinge, viele Ideen, die da aufkommen. Und du unterrichtest ja auch an der UDK, die New Media Class. Vielleicht kannst du den Zuhörern nochmal sagen, was genau du da machst und dann gehen wir noch ein bisschen weiter darauf ein. Also ich habe ja vor einem Jahr, genau, als Gastprofessorin die New Media Klasse übernommen und ich habe als Semesterthema Kompost und Kosmos vorgeschlagen. Weil Kosmos als lebendiger, konstruktiver Transformationsprozess hat mich interessiert. Das ist, einerseits können die Studierenden da sehr, sehr frei arbeiten, ihre eigenen Ideen und Projekte entwickeln. Andererseits gibt es dann natürlich auch Input. Und zwar haben wir zum Beispiel mit einer Heißkompost-Spezialistin auch tatsächlich einen Heißkompost aufgesetzt. Was ist ein Heißkompost? Das ist eine spezielle Art der Schichtung, der Materialien auf einen Haufen und Hügel und dann wird er abgedeckt und dann erhitzt er sich in der ersten Woche. Dadurch werden sämtliche Keime eigentlich abgetötet und der ganze Kompostierprozess wird beschleunigt. So ein Heißkompost ist innerhalb von drei Monaten fertig und ein normaler Kompost erst zwei Jahre oder so. Das ist schon interessant, genau. Also da haben wir auch wirklich tatsächlich dann Hände dreckig gemacht und Heißkompost angesetzt. Ich dachte, okay, wenn er dann heiß ist, können wir ja ein eigenes Tool bauen, um damit dann unseren Tee zu erhitzen. Leider wurde der erste Kompost nicht richtig heiß oder erst ganz komisch verzögert, einen Monat später. Auf jeden Fall, naja, aber das sind halt Experimente. Und wie ist das mit den Studierenden? Kommen die aus verschiedenen Disziplinen dann zu dir? Ja, also die Klasse Neue Medien, die ist ja im Medienhaus angesiedelt und dort ist auch das Institut für Transmediale Gestaltung, aber auch Kunst und Medien. Und in der Klasse sind aus verschiedenen Bereichen Studierende. Ich finde das sehr spannend, wenn die aus verschiedenen Bereichen kommen. Es gab dann auch Gaststudierende aus Weißensee oder auch TU und ja, ich heiße das sehr willkommen. Und wie haben die Studierenden auf deine Ansätze reagiert? Haben sie sich da gut aufnehmen lassen und auch selber ein paar Ideen eingebracht? Wie war so die Resonanz? Also das war auf jeden Fall erstmal sehr großes Interesse da. Doch Klasse war dann sehr groß. Also ich konnte gar nicht alle aufnehmen. Ah, okay. Ja, ja, das Interesse war sehr groß und auch sehr positiv. Da ist auch, glaube ich, ein großes Bedürfnis, nicht immer nur am Computer zu sitzen, sondern auch wirklich verschiedenen Medien und Materialien zu kombinieren. Aber letztendlich möchte ich die Arbeit der einzelnen Studierenden auch fördern und unterstützen, dass sie ihre eigenen Projekte entwickeln. Und natürlich, eigene Ideen muss jeder mitbringen. Oder hat ja auch jeder. Mich würde auch noch interessieren, was für eventuelle Ratschläge du für Menschen hast, die sich auch interessieren, in eine ähnliche Richtung wie du zu gehen. Sprich, Kunst und Wissenschaft, Fiktion, Technologie, das alles miteinander zu verbinden. Ich kann mir nämlich schon gut vorstellen, dass, naja, ich kenne dich leider nicht so gut, aber für mich persönlich hört sich das alles super viel an. Und ich bin auch extrem neugierig. Aber man trifft ja auch immer wieder an seine Grenzen. Also ist die Frage, wie viel Durchhaltevermögen hat man dann auch wirklich, um dabei zu bleiben? Genau, das würde mich so noch ein bisschen interessieren. Ja, Durchhaltevermögen braucht es schon. Also ich meine, bei mir ist das, das steckt ja in mir diese Neugierde, die das, was mich antreibt. Man sagt mir nach, dass ich schon sehr extrem zäh bin und erschreckend viel Durchhaltevermögen habe. Das sagt man mir nach, das ist mir selber ja, ich mache meine Sache und ja. Also könnte man sagen, dass für Menschen, die in die ähnliche Richtung gehen möchten, einfach mal dranbleiben, ihr Ding durchziehen? Ja, aber das klingt ja so einfach. Ich glaube, man muss einfach seinen echten Interessen folgen. Wenn man das findet, was einen wirklich interessiert oder berührt, dann hat man ja automatisch den Wille und die Lust. Also ich glaube, man muss das finden, was einen interessiert. Und vieles ist auch experimentieren, ausprobieren, weil es gibt so viel auf der Welt, ja, also wenn ich dran denke, was ich gar nicht wusste vorher und was man nur kennenlernt und erlernt, indem man da irgendwie reinwächst. Ja, vielen Dank dafür. Meine letzte Frage wäre noch, was du jetzt noch so vorhast in deiner Arbeit. Was sind vielleicht Dinge, die noch anstehen? Viel. Also ich habe immer viele Projekte in der Pipeline, die darauf warten, realisiert zu werden. Jedes Projekt hat dann irgendwann so seinen eigenen Zeit und Raum, wann es, ja, wann es dran ist. Aber es gibt ja auch viele Projekte, die einfach ein fortlaufender Prozess sind. Aber im Moment, und es stehen ein paar Ausstellungen an, die ich gerade vorbereite. Nächstes Wochenende wird auch die One Tree ID gezeigt im Museum für Kunst und Natur in Bad Homburg und so weiter. Und ich werde auch dieses Jahr viel nach Finnland auf die Wald- und Klimaforschungsstation reisen, weil ich da ein Langzeitprojekt habe, wo ich Bäume beobachte, die ins Moor wandern. Also ich beschäftige mich mit Mooren und mit Baum-Migration eigentlich. Das ist ein großes Langzeitthema. Ich habe da so mein Office for Tree Migration, was sich mit der Situation beschäftigt, dass man denkt, immer Bäume sind verwurzelt und so, aber Bäume sind schon immer migriert, aber sehr, sehr, sehr langsam. Und das Office for Tree Migration beschäftigt sich eben mit der Situation, dass der Klimawandel schneller vonstatten geht, als dass Bäume wandern oder sich anpassen können heutzutage. Und ja, es gibt so Untersuchungen, dass Bäume wandern Berge auf, um in neue Klimazonen zu kommen oder Richtung Norden oder eben, weil Moore austrocknen, wandern sie in die Moore rein. Und mich interessieren diese Ecotone Transition Zones und die wandernden Baumlinien. Und da habe ich so ein Langzeitprojekt im finnischen Moor schon seit zwei Jahren. Und das wird jetzt intensiviert, weil ich nächstes Jahr in Finnland eine ganz große Ausstellung damit habe. Ah ja, okay. Sehr cool. Ich muss noch einmal kurz fragen, von wie langsam sprechen wir hier? Wie langsam bewegen sich Bäume dann im Schnitt? Kann man wahrscheinlich auch nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Das hängt sehr von den Spezies ab und wie sie wandern und wie sie reisen und so weiter. Assisted Migration ist ja auch ein viel diskutiertes Thema, ob und wie man den Bäumen helfen kann zu wandern. Und es gibt ja so eine Chart zum Beispiel, wo allgemein untersucht wird, Migrationsrate von unterschiedlichen Spezies. Also Schmetterlingen, Säugetieren und so weiter. Und Bäume sind natürlich die allerlangsamsten. Und dann wird aber da auch unterschieden zwischen flachen Gegenden oder hügeligen Gegenden. Weil das Gute ist zum Beispiel an Bergen, dass man viel weniger Strecke zurücklegen muss, um in eine neue Klimazone zu gelangen. Okay, ja. Also das hängt auch davon dann ab. Es sind das horizontale Ebenen. Also eigentlich müsste man überall jetzt große Berge aufschütten, damit Bäume einfach nur schneller in die nächste Klimazone kommen können. Weil eine andere Klimazone ist schneller erreichbar. Ja, auf jeden Fall ganz gespannt, wie sich das Projekt auch noch entwickelt. Und schön zu hören, dass es auf jeden Fall noch ein paar Ausstellungen dieses Jahr von dir zu sehen gibt. Fürs Erste war es das jetzt auch. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Gasche, sehr schön, dass du hier warst. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Danke auch. Tschüss.